Boden und Wand GmbH – Komplettrenovierungen aus einer Hand. Dieser Firmenslogan ist Programm. Seit fast 20 Jahren führt die Firma Boden und Wand GmbH mit ihrem Handwerksmeisterteam alle und damit auch kleinste Renovierungen sowie behinderten- und seniorengerechte Wohnungs- und Badsanierungen durch. Die Kunden schätzen nicht nur die schnelle Auftragsabwicklung durch das gut eingespielte Team, sondern auch die Termin- und fachgerechte Renovierung bei einem zugleich ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Dieses resultiert unter anderem aus den Großhandelspreisen für Parkettböden, die bis zu 30% unter den Preisen der Mitbewerber liegen. Die beiden Ladengeschäfte in München-Mosach und Schwabing bieten jeweils ein Parkett- und Laminatstudio mit über 300 Mustern und eine große Auswahl an allen anderen Bodenbelägen. Selbstverständlich werden Sie dort auch ausführlich und fachgerecht beraten. Vielen Dank.